Herzlich willkommen beim CopyMax in Bremen-Fegesack. Seit über sechs Jahren bietet CopyMax Premium-Druckqualität zu fairen Preisen. Neben Textil- und Posterdruck bieten wir folgende weitere Leistungen an. Gerne scannen wir Ihre übergroßen Dokumente. Eine Bauzeichnung in DIN A0 Plus? Selbstverständlich! Diese Dokumente können wir dann für Sie zuschneiden, speichern, versenden und natürlich jederzeit auch ausdrucken. Sie möchten Ihre Bilder als Poster oder auch als Leinwanddruck präsentieren? Sie können das zu druckende Bild auch ganz bequem auf Ihrem Handy mitbringen. Per Bluetooth-Technologie übertragen wir dann ganz schnell und einfach das Bild auf unseren Computer. Anschließend können wir dieses für Sie individuell bearbeiten und ausdrucken, auch in großen Formaten. Für Leinwanddrucke haben wir Keilrahmen in vielen Größen vorrätig, damit Ihr Bild noch hochwertiger zur Geltung kommt. CopyMax bedruckt T-Shirts und viele andere Textilien mit ihren Motiven, Bildern und Texten. Einfach T-Shirt im Laden aussuchen oder selbst ein eigenes Shirt mitbringen und los geht's! Seit kurzem nutzen wir unter anderem den Weißdruck, eine der neuesten Drucktechniken. Das bedeutet, wir können Ihre Bilder oder Texte ohne weißen Hintergrund drucken. Auch farbige Bilder oder Logos mit Farbverläufen können somit optimal auf Ihre Textilien aufgebracht werden. Sie finden uns im Internet auf copymax24.de oder direkt im Laden Gerhard-Rolfs-Straße 57a in Bremen-Fegesack. Schauen Sie doch gern einmal vorbei! CopyMax macht's! Jetzt auch im Online-Shop.